Willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale, der dritte Teil der Einführung. Heute geht es um Taktik und Kartenwahl. Worauf müsst ihr bei der Auswahl eurer Karten achten? Wie spielt man möglichst erfolgreich? Welche Fehler sollte ich vermeiden? Wie ist man effektiv? Gleich dazu mehr. Clash Royale ist ein Spiel gegen menschliche Gegner. Und so wie keine Menschen gleich sind, sind keine Gegner gleich, logisch, und damit ist auch kein Spiel gleich. Wichtig ist mir, euch zu sagen, findet euren eigenen Weg. Kopiert nicht mein Deck, kopiert nicht das Deck von jemand anderem, ahmt deren Spiel nicht nach. Es wird euch keinen Spaß machen und ihr werdet wahrscheinlich keinen Erfolg haben. Wir fangen an mit dem Thema Kartenwahl. Ich will euch kein festes Deck vorgeben, nachher habt ihr vielleicht die Karten gar nicht, sondern ich will euch sagen, welche Bereiche, welche Einsatzgebiete müsst ihr abdecken, was könntet ihr dafür nehmen? Bedenkt, dass von den acht Karten, die ihr euch auswählen könnt, ihr immer nur vier Karten gleichzeitig zur Verfügung habt. Das heißt, wenn ihr eine bestimmte Karte habt, in eurem Deck, kann es sein, dass ihr die eine ganze Weile gar nicht nutzen könnt, weil die gar nicht unter den vier auswählbaren Karten ist. So, fangen wir mal an. Das erste Thema ist die Verteidigung gegen fliegende Einheiten. Ich habe gerade letztens ein Spiel gesehen. Interessanterweise hat der Spieler das sogar gewonnen, obwohl der Gegner hatte fliegende Einheiten und er hatte keinerlei Verteidigung dagegen. Der Gegner war also einfach nicht clever genug mit seinen fliegenden Einheiten, sonst hätte der es locker gewonnen, aus meiner Sicht. Verteidigung gegen fliegende Einheiten, manche dieser Einheiten, sind so stark, die nehmen innerhalb von Sekunden einen Turm von euch auseinander. Insbesondere den Ballon, wer gegen den schon mal verloren hat, der weiß, wovon ich rede. Deswegen, aus meiner Sicht, braucht ihr mindestens drei Einheiten, mit denen ihr euch gegen fliegende Einheiten verteidigen könnt. Fliegende Einheiten sind dann sehr nützlich oder für euch eher schädlich, wenn sie auf euren Turm gehen, ihr könnt nichts machen, oder wenn sie auf eure Einheiten gehen und die können sich nicht wehren. Die machen eure Bodeneinheiten teilweise relativ schnell platt und die können sich nicht wehren. Also mindestens drei Verteidigungseinheiten gegen fliegende Einheiten. Was passt da? Was kann man nehmen? Sperrkobolde, Bogenschützen, Musketierin, Hexe, Magier, aber auch andere fliegende Einheiten, den Babydrachen, die Lakaien, die Lakaienhorde. Die kann man zur Verteidigung gegen fliegende Einheiten einsetzen. Als zweites, Angriffseinheiten. Das sind möglichst Einheiten, die direkt auf Türme gehen. Der Schweinereiter, der Riese, der Ballon. Oder alternativ, wenn ihr die nicht habt oder nicht nehmen wollt, könnt ihr auch starke Einheiten nehmen, die einerseits viel Schaden machen, andererseits aber auch viel Schaden aushalten. Die Barbaren, der Ritter, der Prinz, das Riesenskelett, Peker oder Mini-Pekker. Wenn ihr solche Einheiten jetzt im Angriff habt, müsst ihr überlegen, euer Gegner hat die vielleicht auch, also braucht ihr eine Möglichkeit, euch gegen solche Einheiten zu verteidigen. Den Ballon, der ist eine Ausnahme hier, der ist fliegend. Da hatten wir schon Verteidigung gegen fliegende Einheiten, ganz wichtig. Aber bei den anderen Sachen ist es wichtig, dass ihr Angreifer abfangen könnt, möglichst, dass sie nicht eure Türme erreichen. Möglichst vorher abfangen. Zum Beispiel, der Schweinereiter, der geht ja relativ schnell auf den Turm los. Und wenn ihr das nicht schafft, den abzufangen, kann der richtig Schaden machen. Das heißt, ihr braucht Sachen, die ihr vor am Turm platzieren könnt, um den gegnerischen Angriff abzufangen. Zum Beispiel Barbaren, die Skeletthorde, Kobolde und Sperrkobolde. Eventuell auch der Riese, den könnt ihr auch davor platzieren. Der zieht dann feindliche Einheiten von euren Türmen weg. Das funktioniert aber nur bei den Einheiten, die nicht speziell auf Türme gehen. Und nur auf Türme gehen. Eine weitere Karte, die ich euch empfehle, die ihr haben solltet, ist eine Karte, um überall Schaden zu machen, auf dem ganzen Spielfeld. Sinnvollerweise Flächenschaden, im Normalfall ist das so. Die sind hilfreich gegen schwache, aber große Gegnergruppen. Zum Beispiel die Lakaienhorde oder die Skeletthorde. Die sind auch hilfreich gegen gegnerische Gebäude, wenn die nur noch relativ wenig Hitpoints haben. Teilweise ist es so, da habt ihr einen gegnerischen Turm runter auf 50, 60, 70, 80 Hitpoints. Und dann müsst ihr nochmal mit einem Angriff rankommen, um ihn zu zerstören. Oder ihr könnt einfach aus der Ferne eine Karte spielen und sagen, Wumms, rauf auf den Turm, Feuerball rauf, Rakete rauf, Pfeiler rauf und der Turm ist platt. Spart ihr euch den Angriff und könnt euch da mehr auf die Verteidigung konzentrieren. Also ich habe schon welche genannt, Pfeiler, Feuerball, Rakete, aber auch Blitz, Koboldfass, Knall und Gift. Das sind die Möglichkeiten. Wenn ihr das jetzt mal zusammenzählt. Drei Verteidigung gegen Lufteinheiten, eine Einheit im Angriff, eine Einheit in der Verteidigung und eine Karte, die Schaden über das ganze Spielfeld macht, dann sind wir schon bei sechs Karten. Und ihr wisst, ihr habt nur acht Möglichkeiten, also sind nur noch zwei Karten frei. Sei denn, ihr kombiniert das schon irgendwie clever und habt sozusagen Sachen doppelt. Von den zwei freien Plätzen, die ihr noch habt, ein paar Möglichkeiten. Lufteinheiten. Halte ich für sinnvoll? Ich habe ein Spiel gesehen, wo beide Spieler keine Lufteinheiten hatten. Fand ich sehr interessant, weil normalerweise hat man meistens irgendwelche Lufteinheiten. Lufteinheiten, Lakaienhorde, Babytrache, Ballon, irgend sowas kommt meistens. Lufteinheiten richtig eingesetzt, können super effektiv sein. Weitere Möglichkeiten. Wut. Auch richtig eingesetzt, ist die super effektiv. Die beschleunigt eure Einheiten sowohl in der Bewegung als auch im Angriff. Das heißt, eure Einheiten sind schneller am gegnerischen Turm und greifen den schneller an. Oder Frost. Ihr könnt damit gegnerische Einheiten und auch gegnerische Gebäude, also auch die Türme, einfrieren. Und dann verteidigen die sich nicht mehr. Und dann stehen eure Mannen an gegnerischen Turm, hauen den klein und der verteidigt sich nicht. Richtig eingesetzt, extrem wertvoll. Es gibt Verteidigungshütten, Verteidigungsgebäude, Kanonen, Türme, die ihr auf eurer Seite bauen könnt, um gegnerische Angriffe abzuwehren, zurückzuschlagen. Aber auch zum Beispiel Einheiten, die direkt auf Gebäude gehen, von euren Türmen abzulenken. Die gehen dann auf diese anderen Gebäude. Oder ihr setzt diese Hütten mit den Speerkobolden oder mit den Barbaren. Was ihr dann nehmt, ist euer Ding. Ist euch überlassen, womit fühlt ihr euch wohl, wie spielt ihr, was passt bei euch. Wenn ihr mit meiner Auswahl jetzt oder mit meiner Liste überhaupt nicht einverstanden seid und ihr habt ein Deck, was für euch super funktioniert, aber dieser Liste überhaupt nicht hinpasst. Ist okay, behaltet euer Deck. Schreibt es mir unten rein, wenn ihr Ideen habt, Verbesserungsvorschläge, vielleicht habe ich was vergessen, schreibt es mir unten rein. Die Auswahl ist groß. Ein richtig oder falsch gibt es nicht, solange es für dich funktioniert. Nur wenn es für dich nicht funktioniert oder vielleicht das Deck jemand anderes ist und du sagst, ich komme damit nicht klar, dann nutzt es nicht. Such dir dein eigenes Deck. Wundert euch auch nicht, wenn ihr nicht immer gewinnt. Auch ich gewinne nicht immer. Wäre sehr komisch, wenn man immer gewinnt. Es muss ja auch Verlierer geben. Ihr könnt nicht immer gewinnen. Besonders, weil ihr manchmal einfach gegen Leute spielt, die vom Level her deutlich über euch sind. Deren Karten, die Hälfte der Karten hat ein Level mehr als ihr. Das heißt, die Karten sind alle 10% stärker im Angriff, 10% stärker in der Verteidigung. Wenn ihr noch ein, zwei Level höheres Königstürme hat, also die auch noch stärker sind, dann wird es schon schwierig zu gewinnen. Selbst wenn ihr richtig gut spielt und ein richtig gutes Deck habt. Wundert euch da nicht. Wir haben den Bereich der Karten. Jetzt kommen wir kurz zum Bereich der Taktik. Ziel ist es, mehr Türme als der Gegner zu zerstören. Ihr gewinnt mit einem Turm mehr. Und das ist wichtig. Mit einem Turm mehr. Versucht nicht, so viel wie möglich gegnerische Türme zu zerstören, sondern versucht, den einen Turm mehr zu zerstören. Denn im Idealfall ist das nur ein einziger. Oder im einfachsten Fall ist es nur ein einziger Turm, den ihr zerstören müsst. Und dann müsst ihr in der Verteidigung dafür sorgen, dass bei euch kein Turm zerstört wird. Dann gewinnt ihr. Versucht euch auf einen gegnerischen Turm zu konzentrieren. Ich sehe das immer wieder. Manchmal geht es mir auch so, dass man zwei gegnerische Türme halb runter hat. Die sind beide halb zerstört. Aber eben nur halb. Eigentlich gar nicht. Das ist Unsinn. Ich gehe nicht auf zwei Türme. Es sei denn, ihr habt einen Turm vom Gegner so runter, dass er ihn so verteidigt, dass er gar nicht mehr durchkommt. Dann probiert mal einen schnellen Angriff auf den anderen. Aber im Normalfall konzentriert euch auf einen Turm. Viel sinnvoller, als beide Türme halb runter zu haben und dann zu verlieren. Vergesst eure Verteidigung nicht. Das ist ein wichtiges Thema. Manche Spieler konzentrieren sich so auf ihren Angriff, dass sie völlig vergessen gar nicht mitkriegen, was bei ihnen gerade in der eigenen Hälfte passiert. Und da wird gerade ihr Turm platt gemacht und die reagieren gar nicht. Manchmal kommt es vor, dass ihr am Anfang relativ schnell einen Turm verliert. Dass euer Gegner es schafft, durchzukommen, euch völlig zu überraschen, wart ihr gar nicht drauf vorbereitet und rums ist euer Turm weg. Gebt nicht auf. Ich habe schon genug Spiele gehabt, wo der Gegner mir einen Turm zerstört hat und ich hatte einen Rückstand und ich habe das Ding noch gewonnen. Umgedreht. Wenn ihr es schafft, am Anfang sehr schnell den gegnerischen Turm zu zerstören, denkt nicht, das Ding ist in trockenen Tüchern und ihr habt schon gewonnen. Der Gegner kann das noch drehen, wenn ihr jetzt auch nachlasst, wenn ihr jetzt unvorsichtig werdet. Der Schlüssel zum Gewinn ist, einen Elixiervorteil zu erhalten. Vielleicht sieht man das manchmal bei den Spielen, die ich da im Hintergrund zeige, den Replays. Das sind alles Spiele von mir, die ich gewonnen habe. Man sieht das vielleicht, hoffe ich manchmal. Kontert eine gegnerische Karte mit einer eigenen Karte, die weniger Elixier kostet. Einfaches Beispiel, Lakaienhorde. Die kostet den Gegner 5 Elixier. Ihr könnt die mit den Pfeilen kontern, die Pfeile killen im Normalfall eine Lakaienhorde. Wenn nicht, müsst ihr dringend eure Pfeile hochleveln. Die Pfeile kosten aber nur 3 Elixier. Der Gegner hat 5 Elixier verbraucht, ihr nur 3. Ihr habt also 2 Elixier mehr als euer Gegner. Das ist ein Elixiervorteil und diesen könnt ihr nutzen. Den könnt ihr nutzen, um am Ende oder zwischendurch eben stärker zuzuschlagen, weil ihr habt eine Elixiermehrheit, einen Elixiervorteil und könnt die ausnutzen und euer Gegner kann sich dann nur schwach verteidigen. Der Elixiervorteil also, ihr könnt mit mehr stärkeren Einheiten gleichzeitig zuschlagen, als der Gegner in der Verteidigung bringen kann. Bedenkt aber immer, dass ihr maximal 10 Elixier haben könnt. Ihr seht das auch manchmal bei den Spielen, der Elixierbalken ist voll. Manchmal passe ich da auch nicht auf, dann ist meiner voll. Wenn der voll ist, baut der sich nicht weiter auf. Das heißt, alles zusätzliche Elixier ist verloren. Wenn ihr euch Spiele anschaut, von mir oder vielleicht auch von den Topspielern, dann werdet ihr merken, dass die in die Einheiten meistens sehr weit hinten sitzen, vor allem am Anfang. Das wird nicht gleich in der Mitte gesetzt, sondern hinter den eigenen Bogenschützentürmen. Könnte man denken, ist blöd. Überraschung ist hin, der Gegner hat mehr Zeit zu reagieren, sich darauf vorzubereiten, was kommt da auf mich zu. Das ist richtig, ein Überraschungsangriff geht natürlich anders. Aber, bis diese Einheiten von ganz da hinten in die Mitte der Karte gelaufen sind, hat sich schon wieder ein bisschen Elixier aufgebaut. Das heißt, ihr könnt dann, wenn die fassen in der Mitte sind, weitere Einheiten dazusetzen, stärkere Einheiten und habt im Endeffekt mehr als 10 Elixier auf einmal, mit denen ihr angreift. Das kann sehr hilfreich sein, vor allem, wenn ihr sowieso schon einen Elixiervorteil habt. Den habt ihr jetzt ganz am Anfang des Spiels nicht, aber wenn ihr ihn ein bisschen später habt und das ausnutzt, dann kommt ihr vielleicht am Ende mit 13, 14 Elixier an und der Gegner hat, wenn es hochkommt, nur 8, 9 Elixier zur Verteidigung. Das ist ein Vorteil für euch. Denkt aber immer, was ihr da hinten setzt. Der Gegner kann sich darauf vorbereiten. Der Gegner sieht, was da kommt und hat meistens ein bisschen Zeit zu reagieren. Schnelle Einheiten. Die direkt auf Türme gehen. Also der Ballon und der Schweinereiter. Die würde ich allerdings niemals ganz hinten setzen. Da hat der Gegner viel zu viel Zeit. Da geht es wirklich, Überraschungen so schnell wie möglich auf den gegnerischen Turm zu rennen und den Platz zu machen oder es zu versuchen. Noch eine wichtige Sache, die ist euch vielleicht schon mal aufgefallen. Wenn ihr Einheiten in die Mitte zwischen links und rechts setzt, auf eurer Seite oder, wenn ihr es könnt, dann auch auf der Gegnerseite, dann laufen die nicht schräg zum nächsten Turm, sondern die laufen erst mal zur Seite, hin zu diesen Wegen. Bedenkt das. Wenn ihr die Einheiten möglichst schnell nahe beim Gegner haben wollt, bedenkt das, dass die erst mal eher gerade zur Seite laufen und nicht schräg nach vorne. Ich habe es schon kurz angekündigt. Manchmal kann ein Ablenkungsmanöver auf der anderen Seite, also bei dem Turm, den man eigentlich gerade gar nicht angreifen will, hilfreich sein. Wenn der Gegner eine Seite so stark verteidigt, dass er da eigentlich gar nicht durchkommt, macht ein Ablenkungsmanöver. Seht zu, dass ihr vielleicht den anderen Turm ein bisschen ankratzt oder sogar halb runterbringt oder, wenn es klappt, sogar ganz zerstört. Was spricht dagegen? Der Vorteil ist, der Gegner müsste dann zwei Türme, die stark angekratzt sind, verteidigen und das ist schwierig. Und dann ist die Verteidigung nicht mehr so stark, dann habt ihr eine Chance durchzukommen. Kann manchmal auch sinnvoll sein, wenn ihr merkt, der Gegner ist zu gut, das Deck, was der Gegner hat, ist zu gut, die Kartenlevel sind einfach höher als meine. Hier, ihr seht das, das sind die kleinen Zahlen, die an diesen Einheiten hängen. Das ist das Level der Karten und da seht ihr, ob der Gegner das gleiche Level hat wie ihr, ein höheres oder ein niedrigeres. Wenn ihr merkt, ihr habt keine Chance durchzukommen, ihr habt keine Chance zu gewinnen, spielt defensiv. Versucht zumindestens unentschieden rauszuholen, immer noch besser als zu verlieren. Ein weiterer Tipp, nicht jede Karte in eurem Deck muss in jedem Spiel zum Einsatz kommen. Es kann Spiele geben, wo ihr eine Karte nicht spielt, weil diese Karte einfach nicht passt in diesem Spiel. Spielt die Karten nur dann, wann sie passen, wann sie möglichst genau passen, nicht nur, weil ihr sie gerade zur Hand habt und sagt, ja, machen wir halt mal. Wenn ihr Pech habt, passt von den vier Karten, die ihr habt, gerade gar keine. Das ist echt blöde, weil jetzt müsst ihr eine Karte spielen, damit ihr eine bessere von den anderen vier bekommt, die hoffentlich passt. Spielt dann möglichst eine Karte, die wenig Elixier kostet, die günstig ist. Das ist möglichst die billigste Karte sozusagen. Ihr seht, neben den vier Karten, die ihr habt, links daneben, seht ihr, welche Karte ihr als nächstes bekommt. Dann könnt ihr ein bisschen abschätzen, was macht Sinn zu spielen. Ein wichtiger Tipp am Schluss noch, achtet auf die Elixierkosten eures Decks. Die seht ihr, wenn ihr euer Deck zusammenstellt, steht da drunter, was die Durchschnittskosten sind. Und ich habe hier Decks gesehen, die waren fünf und drüber und das ist schlecht. Das heißt, ihr braucht sehr viele Elixier, um Karten spielen zu können. Durchschnittlich fünf Elixier, für manche Karten dann sogar deutlich mehr. Ihr solltet eure Elixierkosten um die vier halten. Ein bisschen drunter ist okay, ein bisschen drüber ist okay. Aber bitte nicht mehr als 4,5, schon gar nicht über 5. Das ist wichtig. Ansonsten geht euch einfach irgendwann das Elixier aus. Und wenn ihr kein Elixier habt, aber alle Karten in eurem Deck brauchen, weiß was ich, sechs Elixier. Dann braucht ihr Ewigkeiten, bis ihr eine Karte spielen könnt, bis ihr reagieren könnt auf den Gegner. Ganz zum Schluss will ich noch sagen, seid nicht gefrustet, wenn ihr mal verliert. Seid nicht gefrustet, wenn ihr ein paar Mal mehr verliert. Und ich kenne das auch, zwei, drei Mal hintereinander verlieren. Es nervt. Manchmal macht man selber Fehler, manchmal ist der Gegner einfach mit seinen Leveln höher und man hat keine Chance. Manchmal ist da die Spielauswahl aus meinem Sicht ein bisschen ungerecht. Manchmal hakt auch das Spielen oder die Verbindung. Ich hatte schon Fälle, wo ich keine Karte setzen konnte, weil das Spiel mir gesagt hat, das war ein Verbindungsproblem. Ich habe aber genau gesehen, wie der Gegner seine Karten gesetzt hat und die sind gekommen und die haben mein Turmblatt gemacht. Und ich konnte mich nicht wehren. In so einem Fall seid nicht frustriert. Entspannt euch. Sagt, okay, dann machen wir für heute Schluss. Dann versuche ich es morgen nochmal. Gerade vielleicht, wenn es abends ist und man will ins Bett gehen nochmal schnell eine Runde zocken, ein, zwei Spielchen machen und es läuft überhaupt nicht. Hört auf, sonst geht ihr nachher völlig frustriert ins Bett. Das bringt es auch nicht. Also entspannt euch an der Stelle. Seid ruhig. Lasst es locker angehen. Es geht um Spaß. Es geht um den Spaß am Spiel. Den Spaß gegen andere Leute zu spielen. Es geht nicht darum, total frustriert und verbissen unbedingt gewinnen zu müssen. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr sagt, kannst du das nochmal genauer erklären oder kannst oder vielleicht auch sagt, das sehe ich aber ganz anders. Ich würde es ganz anders machen. Schreibt das unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefällt, gebt mir ein Like. Abonniert den Kanal, würde ich mich freuen. Bis bald, sagt euer Sorero. Dann. Ciao.